Seit Generationen herrscht eine Fede zwischen den Links und den Hoos. Er ist wieder zurückgekehrt. Dann können wir mit ihm abrechnen, wie mit seinem Vater. Warum habt ihr Unschuldige umgebracht? Sagt mir weshalb. Seit wann bringt ihr Frauen um, die euch nichts getan haben? Meinen Sohn habe ich gerecht. Wer hat ihn getötet? Er war es. Aus was für einem Grund sollte ich deinen Sohn umbringen? Mein Vater hat hier gelebt. Aus dem Grunde bin ich hier. Mein Großvater hat ihn umbringen lassen, bevor ich auf der Welt war. Und woher weißt du das? Kannst du mir das verraten, Junge? Und obwohl die Liebe zweier Menschen Feuer und Hass auslöschen kann, gibt es tief in den Wäldern eine viel größere Macht, die Tigerkralle. Eine Legende, die seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben wird, erfüllt sich zu einem grausamen Fluch. Die unendliche Macht der Tigerkralle reicht bis ins Reich der Toten. Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Und es soll jeder, der an der blutigen Familienfäde beteiligt war, Opfer des Kung-Fu-Zombies werden, einer Untoten in Gestalt einer alten Frau, die mit ihren Fangzähnen ihre Opfer zerfleischt. Diese Geschichte wird seit Generationen erzählt. Untertitelung des ZDF, 2020